nicht mehr viel muss da fahren so und damit mir hier keine zombies spawnen ja okay jetzt gehe ich mal eben hoch und mache mir eine stein spitzhacke oder direkt drei oder so da machen wir 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 zack fünf neue spitzhacken so ich sollte vielleicht auch noch mal was essen nochmal sind wir wieder voll und dann wollen wir mal weiter ich weiß noch nicht genau wie ich das jetzt hier mache aber ich weiß dass ich mache denn diese aussicht ist meines erachtens fucking episch tut mir leid aber das ist so ich werde das wahrscheinlich noch zwei in die höhe machen so also freut euch es wird jetzt erstmal gebuddelt hier kann man nichts machen das ist so das ist minecraft ich habe euch lieb nein ehrlich ich habe euch wirklich zack 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 weg damit sondern mit jetzt keine zombies von verteilt hier mal ein paar fackeln wo ich großzügig habe ja genug mittlerweile so das wollte ich kann ich das schon flücken nein ich weiß gar nicht mehr ab wann man das flücken konnte dauert wahrscheinlich noch dauert noch so ich lege mich mal kurz schlafen und sonst anständig hin so und dann mache ich mal hier einen kleinen schnitt denn ich müsste mal eben ganz kurz auf toilette so da bin ich auch wieder hat ja nicht lange gedauert eine zigart habe ich mir auch gemacht ach ja genau was soll ich hier machen ich wollte irgendwas draußen tun ach ich wollte sandfarm da verbrennen sie gerade die eligen bastarde die elendigen bastarde habe ich noch ein schaufeljahr dann gehen wir mal sandfarm ja das war weniger professionell und ich weiß jetzt genau wie ich das mache nämlich so dass es nicht ganz so auffällt weil es wird doch auffallen aber ab ach komm scheiße auch noch mal das ganze weg haben wir das mal weg zack 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 ich mache das jetzt von oben ich glaube das geht ein bisschen schneller ja schön sagen wir noch mal dass es mich liebt so 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 das war es mit der schaufel so 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 das ist sandstein das ist sandstein das ist auch seinstein so 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 ich nicht gesagt ich wollte aufloben machen sand 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 ich kann es ja immer noch mit da kommt geht noch mehr so noch mehr sand sand ich möchte sagen schon besand den ganzen tag so viel ich mag sand 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 ist übrigens nicht mehr so spät wie gestern denn jetzt ist es genau 1 uhr das wieder ich löse es mal auf mittlerweile sollte es ja erraten sein das ist das selda sky was skyward sword was ich mega awesome finde obwohl ich bis jetzt noch kein einziges einzigen zelda teil selber gespielt habe jedenfalls nicht durch angezockt schon aber nie durch andere würden mir dafür jetzt den kopf abreißen ich sage tut mir leid so sand 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 machen wir das mal noch ein bisschen natürlich wieder so könnte ein creeper explodiert sein oder sowas naja wohl eher nicht ach komm machen wir jetzt noch den dritten stack voll scheiße ich hab keine schaufel mehr meine hand ist eingeschlafen aufgeweckt wieder und eine zigarette gezogen rauchen ist nicht gut lasst das ich sollte es auch lassen das ist wirklich nicht gut mal komm den stack machen wir noch voll komm schon und noch ein jetzt habe ich zwar wieder neun angefangen aber ist ja egal so 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 und wieder nach hause und dann machen wir gas oder beziehungsweise wir bringen das erstmal weg und dann gehen wir mal holz holen noch mehr oder beziehungsweise machen erstmal die bäume weg ui ich glaube da ist viel holz zu holen sollte ich öfter da pflanzen was will ich jetzt genau hier ich könnte normalerweise auch ein stück lauter reden aber meine mutter versucht zu schlafen ich sage extra versuch weil ich wahrscheinlich der grund bin warum sie nicht schlafen kann ja genau was soll ich jetzt machen da ist noch hin schön das hatten wir da noch mal kohle ach komm mal einfach mal jetzt schon mal sand da rein dabei sind wo sonst da zack und das ist ja in den ganzen folgen noch gar nicht gemacht haben so ich mache jetzt aber mal was ganz verrücktes ich versuche jetzt auf das Dach zu springen was nicht geklappt hat machen wir einfach mal so so, nein nein so, dann kletter ich jetzt da hoch dann versuche ich jetzt auf den Baum zu kommen auf den Baum so, so so, so komm schon aufzulecken so äh da können wir unsere, nein die genau die so 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 so